Kopenhagen hat alles erfüllt, was ich erwartet habe und ich bin sehr sehr froh darüber, dass ich heute meine Ausstellung hier eröffnen darf. Ich bin unheimlich froh, meine Bilder jetzt mal in einer ganz anderen Welt sozusagen zu sehen. Das ist eine ganz neue Galerie, ein ganz neues Land. Hier habe ich noch nie irgendwas mit Kunst vorher zu tun gehabt. Sein Potenzial ist groß und seine Energie ist sehr, sehr gut. Und wenn man die Kombination mit einer guten Persönlichkeit und einem brillanten Talent hat, dann findet man das Kunstwerk, das normalerweise ziemlich kompliziert ist. im Rahmen gepfen, als der L сх pitch poczuert wäre, So, was wir zu gehen, ist es so, Ich bin praktischer als师